Bevor das Video beginnt, ja, zwei kleine Sachen ganz schnell. Ja, nicht wundern, ihr fragt euch bestimmt RonyTV, wo bleibst du mit den Livestreams? Samstag kam keiner, Freitag kam keiner, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, ganze Woche kam fast keiner. Die Motivation fehlt ein bisschen und ich habe heute eine traurige Nachricht erfahren von meiner Tante. Der Bruder ist verstorben und sie konnte nicht zum Grab gehen. Mehr will ich nicht in die Öffentlichkeit stellen. Nur, das ist eine harte, harte Aktion, wenn die eigene Schwester nicht zum Grab gehen kann. Mehr will ich nicht in die Öffentlichkeit hier sagen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr traurig. Ja, ich kenne die Person nicht, die verstorben ist, aber meine Tante tut mir in der Sicht sehr, sehr, sehr leid. Ich wünsche das keiner auf diesem Leben, Planeten, niemandem wünsche ich sowas. Ich war mein Erzfeind, immer den bösesten Feind, der was gegen mich hat, den würde ich das nicht mal. Und vielen Dank, dass so viele geschrieben haben. Mein Beileid, mein Beileid, danke auf jeden Fall an der Stelle. Und für euer Verständnis. Ja, jetzt zum Video. Also ich werde natürlich Livestreams erstmal so ab Mittwoch, Donnerstag vielleicht wieder machen, weil ich das Ganze ein bisschen beruhigt habe. Aber Videos werden trotzdem kommen, weil ich Videos einfach liebe. Das, was ich hier mache, ich liebe das, das ist mein Hobby und mein Hobby mache ich gerne. Ich mache keine Sportart, ich mache meine Sportart mit meinen Fingern. Also, jetzt zum Video. Es geht ein ganz kurzes Video. Es ging darum, da ist zum einen, also wir haben am Samstagabend halt gezockt, natürlich. Und dann beim Zocken habe ich halt so, also davor habe ich, wir haben uns so alle so mit den Jungs und Männer Abend gemacht. Halt nur schön gezockt, bisschen Fortnite. Und ich habe mir da vorher halt, ich war halt ein bisschen Einkauf, Energy und Schokolade halt. Und dann habe ich den Namen richtigfalls auch gesprochen vor der Schokolade, aber habe ein Todeslachflasch bekommen. Mehr Spoiler echt nicht. Viel Spaß jetzt mit dem Video und Grüße an die Leute, die in der Party waren. Auf jeden Fall ein Grüße an euch, gehen raus. Es war ein voller Abend. Dankeschön für den Abend. Und jetzt viel Spaß mit dem kleinen Clip. Und euch einen schönen Start in die Woche. Heute ist Sonntag. Morgen fängt die neue Woche an. Schönen Start und jetzt viel Spaß mit dem Video. Giotero, wie man das ausspricht. Das ess ich. Elias, guck mal, Bozzep. Das ess ich. Ja. Bozzep. Sock mit dir, Wichser. Wie hast du das ausgesprochen, Ronny? Gioter. Jupp, Ronny. Ska. Ich hab ne Ska. Ska. Das wird... Was? Ronny, deine Lache, deine Lache gerade, Ronny. Wie? Ich fülle was aus. Ich fülle was aus. Gioto. Digger. Gioto, Alter. Hä? Sorry. Doch, Elios, da. Ronny hat ein bisschen was genommen. Nein, doch. Gioter. Gioter, Idioter. Rass. Gioter, sprich mal das aus. Gioter, sprich mal das aus.